Moin liebe Tech-Nerds, welcome back auf dem Channel und zurück zu einem neuen Video. Dieses Video hier ist eine Kooperation mit der Kotec GmbH. Mit Kotec haben wir ja schon Videos zusammen gemacht. Kotec ist ein Online-Händler im Bildungsbereich, der vertreibt Online-Soft- und Hardware-Produkte. Wenn ihr zum Beispiel Schüler, Lehrer, Dozent, Student oder generell an einer Bildungseinrichtung tätig seid, könnt ihr gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises Online-Soft- und Hardware-Führung-Bildungsbereich bei Kotec vergünstigt erwerben. Checkt auf jeden Fall mal den Link in der Beschreibung, dort kommt ihr direkt zu Kotec und dort findet ihr alle Informationen, die ihr braucht. Ja und Kotec hat halt gefragt, ob ich Bock habe, mal wieder was zu unboxen und ich so klar auf jeden Fall schicke drüber. Was haben sie mir geschickt? Das Asus Ex-Padbook B3 Flip. Das werden wir jetzt unboxen, also ab zu Max an den Schreibtisch, let's go. Ja, das ist die Box, in der man das geliefert bekommt, in search of incredible Asus. Alright, zack, hier ist dann vermutlich das Herzstück drin, das Tablet-Laptop-Ex-Padbook B3 Flip. Das packen wir ganz kurz zur Seite, denn wir schauen ja immer erstmal, was es noch so gibt. Hier irgendwelche Benutzerhandbücher, irgendwas für einen Pen und Warranty-Card. Ab zur Seite damit, das braucht man immer erst dann, wenn man nicht weiterkommt. Und hier drunter verbirgt sich das Aufladekabel. So sieht das Ganze aus. Das ist so ein Brick und da steckt man dann einfach dieses Kabel rein. Von der Länge her sieht das aus wie die meisten anderen Längen. Ich denke, das ist okay, das packen wir kurz zur Seite. Sonst ist hier erstmal nichts mehr drin. Und auf der Seite ist noch ein Fach. Aha, da ist aber auch nichts mehr drin. Scheinbar war es das dann auch schon. Gut, gar nicht mal so viel. Ja, ich meine, gut, weniger ist mehr heutzutage. Dann kriegt man halt ein Aufladekabel und natürlich das Gerät selber, klar. Und als Bonus bekommt man dann Benutzerhandbücher, Quickstart-Hinweise und Warranty-Cards und der sonstige Kram. Was ganz cool ist, das habe ich schon gesehen hier, es gibt ein USB-C-Ladegerät. Das ist ganz geil, denn man kann quasi dann auch andere Ladekabel nutzen und ist nicht so gebunden an eins, wenn man natürlich entsprechende Power dann liefert. Aber das ist ganz cool. Alright, dann packen wir das Expertbook B3 Flip mal kurz aus. Das, zack, holen wir hier mal raus. So sieht das Ganze aus. Auf den ersten Blick sieht das ein wenig blau, so dunkelblau. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera gut erkennen kann. Aber das soll wohl schwarz sein. Black stand da irgendwo drauf, habe ich gesehen. Auf der Packung stand es drauf, auf dem Karton. Wie dem auch sei, das ist das Asus Expertbook B3 Flip. Wieso Flip? Weil man den Screen komplett flippen kann. Ich mache mal ganz kurz hier diese Folie dazwischen weg. Hier liegt so eine Folie dazwischen. Muss ja mal alles gut gesaved sein. Man kann das Gerät nicht nur wie ein Laptop quasi nochmal aufklappen, sondern man kann es komplett bis auf die andere Seite quasi umklappen. Deswegen Expertbook Flip. Hallo, hier könnt ihr mich sehen. Und dann kann man hier drauf rumtippen. Mit dem integrierten Pen, den zeige ich euch gleich, kann man dann hier quasi auch schreiben mit. Und dann, ja, hat man quasi ein Tablet. Kuckuck. Das hier ist die Tastatur. Kann ich auch mal zeigen. Hat ein ganz nicees Feel. Die sind sehr, sehr dünn, die Tasten. Haben auch wenig Travel Distance. Also der Druckpunkt ist sehr angenehm, quasi wann sie auslösen. Das fühlt sich ganz gut an. Also man kann das Ganze ein bisschen runterdrücken, aber es ist in Ordnung. Ich stelle das mal richtig hin. Man kann das hier so ein ganz bisschen durchdrücken, aber das ist völlig in Ordnung. Fühlt sich jetzt nicht irgendwie billig oder sowas an. Trackpad. Auch einen angenehmen Klick. Gut, dann zeige ich euch einmal ganz kurz die Anschlüsse des X-Penbook B3 Flip. Okay, auf der Seite, hier haben wir zuallererst, na, wo sind wir da? Den Pen. Da ist quasi dieser Asus Active Pen drin. Active, weil ich glaube, da wird da drin geladen. Das schauen wir uns gleich mal an. Dann haben wir hier den USB, ach Quatsch, das ist kein USB, sondern HDMI 2.0 A. Daneben haben wir dann einen USB 3.2 Generation 1 Typ A Stecker und zweimal Thunderbolt 4 hier an der Seite. Daneben gibt es noch einen Kensington Lock, falls das jemand benötigen sollte. Auf der anderen Seite haben wir einen Laut-Leise-Schalter, einen Headphone-Jack, also ihr könnt ihr Kopfhörer anschließen. Dann kurioserweise USB 2.0, habe ich auch länger nicht gesehen. Und Ethernet, ein Ethernet-Port für LAN oder Internet-Kabel gebunden. So, that's it. Wenn man das Gerät aufklappt, ich zeige euch das mal, ich versuche das hier mal mit einem Finger. Man sieht, das geht nicht. Ich muss quasi, wenn ich das hier versuche aufzuklappen, mit einem Finger unten festhalten und nach oben schieben. Der Mechanismus zum Aufklappen fühlt sich eigentlich ganz robust und angenehm an. Natürlich wackelt das hier so ein bisschen, aber das ist völlig in Ordnung. Fühlt sich trotzdem echt ziemlich robust an. Ich klappe das hier mal kurz um und zeige euch mal ganz kurz diese Webcam hier. Hier oben an dem Bildschirmrand des Displays befindet sich nämlich eine Webcam. Und wenn man hier in diesem Schieberegler so schiebt, zack, dann schiebt sich so ein kleines Ding davor, ein Sichtschutz. Dann könnt ihr mich nämlich nicht mehr sehen. So könnt ihr mich sehen. So könnt ihr mich nicht sehen. So könnt ihr mich sehen. So könnt ihr mich nicht sehen. Aber ich möchte gerade nicht, dass ihr mich seht. Also lasse ich das zu. Auf der Innenseite des Geräts über der Testatur befindet sich übrigens noch eine Webcam, falls man wechseln möchte zwischen den beiden. Oder falls man das Gerät irgendwie hinstellt oder sowas. Dass man dann quasi wechseln kann zwischen den beiden Kameras. Ich wollte euch ganz kurz einmal den Pen zeigen. Der Pen befindet sich nämlich hier auf der Seite. Und dann kann man den hier so, zack, rausholen. So sieht der Pen dann nämlich aus. Ihr habt hier quasi unten noch zwei Knöpfe, an denen man dann so Aktionen ausführen kann. Oben sind so Kontakte an dem Pen. Ich glaube, da erkennt man daran, dass der auch active ist, weil der halt aufgeladen wird. Weil irgendwie müssen diese Knöpfe ja auch befeuert werden. Auf der Rückseite sind hier auch so gummierte Flächen, damit man quasi den Display, wenn man den so umklappt, hier auf der Rückseite nicht zerkratzt. Und dann kann man hier drauf schreiben. Hallo, ich bin extrem cool. Wenn ihr dann fertig seid, könnt ihr den einfach hier so reinstecken. Zack. Natürlich so rumdrehen, dass der da reinpasst. Und dann lädt er auf. Das Expert Book B3 Flip ist ja auch eher ausgelegt so auf, ja, so in dem Bildungsbereich, sage ich mal. Oder auf Leute, die gerne so ein bisschen Office-Kram machen wollen. Also keine Heavy Tasks, wie jetzt Videoschnitt oder extrem krasses Foto-Editing oder sowas. Ein bisschen was kann man auf jeden Fall machen. Da ist ein Intel Core i5 drin. Der hat aber halt eben nur eine integrierte Iris Xe-Grafik, also eine CPU-integrierte Grafik. Einer hat dementsprechend nicht für krasse Aufgaben geeignet. Aber wie gesagt, eher ausgelegt für Leute, die so ein bisschen Office machen wollen, im Internet recherchieren, ein bisschen Videos anschauen, Dokumente bearbeiten, so solche Geschichten. Ich werde das Ganze natürlich jetzt erstmal aufladen und ausprobieren. Und dann werde ich euch gleich davon berichten, was das Gerät kann, was es vielleicht nicht kann. Damit würde ich sagen, zurück zu Max ins Studio. Mittlerweile ist mein Daily Driver ein Surface Pro 8. Dazu habe ich übrigens auch schon mal ein Unboxing-Video gemacht, ebenfalls mit Kotec gemeinsam. Das findet ihr auf dem Kanal oder eben oben hier in dieser Infobox. Ich weiß nicht, ob da oder da. Da, wo das Ganze jetzt auftaucht. Checkt das Video auf jeden Fall mal aus. Ja, und mein Daily Driver muss für mich halt eben folgende Aufgaben bewältigen. Im Internet surfen, Dokumente anlegen, anschauen und bearbeiten. Dann E-Mails schreiben, Videos anschauen, ein bisschen Fotobearbeitung. Und das sind so die Aufgaben, die normalerweise mein Gerät für mich erledigen muss. Allem voran kann man eigentlich sagen, dass das Ex-Padbook B3 Flip diese Aufgaben alle übernehmen könnte. Ich kann damit natürlich im Internet surfen. Ich kann E-Mails schreiben. Ich kann damit Fotos und Videos anschauen, um die für mich so ein bisschen zu bewerten. Ein bisschen Fotobearbeitung ist jetzt auch möglich. Das Ding hat einen i5-Prozessor, also ähnlich wie das Surface Pro 8. Dementsprechend ist da leistungstechnisch gar nicht so der krasse Unterschied. Das Gerät ist ein 14-Zoll-Gerät. Von der Größe ist es also auch in Ordnung. Die Auflösung hier ist ein bisschen anders. Hier hat man eine Auflösung von 1920x1080, also HD-Auflösung. Das ist so ein kleiner Downstep für mich. Das ist eine Gewöhnungssache, weil das doch natürlich wieder ein bisschen anders aussieht, wenn man höhere Auflösungen gewohnt ist. Was ich ehrlich gesagt sagen muss, was mich doch sehr stört ein bisschen, ist das Gewicht an dem Gerät. Das wiegt nämlich 1,6 Kilo und das merkt man. Also das Ding in der freien Hand zu halten, wenn man das jetzt zum Beispiel umklappt. Man kann ja hier diesen Tablet-Modus aktivieren, wenn man das Ding quasi einmal auf die andere Seite klappt. Und dann kann man das so in einer Hand halten oder halt generell so, um dann damit touchtechnisch Dinge zu tun. Weil hier ist ja auch, wie wir gelernt haben, ein Stift dabei. Das heißt, ich könnte ja rein theoretisch Dinge markieren, was ziemlich cool ist. Aber das ist halt doch wirklich auf Dauer sehr unangenehm, das Ganze so in der Hand zu halten. Wenn man es auf dem Tisch legt, kein Problem. Aber für in der Hand halten ist das vom Gewicht her einfach nicht geeignet. Genau, das Gerät ist tatsächlich ein bisschen schwerer und auch entsprechend unkomfortabel mit einer Hand zu halten. Aber da muss man halt auch Asus zugute halten. Die haben verschiedene Tests durchgeführt, damit dieses Gerät wirklich robust ist, auch gegen Stöße etwas unempfindlicher ist. Die haben zum Beispiel Scharniertests gemacht. Mit bis zu 30.000 Mal kann man auf- und zuklappen, ist gewährleistet. Belastbarkeit-Tests für die Ports. Man hat 15.000 Ein- und Aussteckzyklen da, die einem gewährleistet sind. Ein Drucktest wurde gemacht. Das Ding hält 25 Kilogramm Kraft auf den Deckel und die Unterseite aus, ohne Schäden davon zu tragen. Und es wurde halt auch ein Falltest gemacht. Man hat das Gerät aus 120 Zentimetern Höhe bei eingeschaltetem Zustand fallen gelassen. Und ja, da ist nichts passiert. All das könnt ihr hier auf der Webseite auch nochmal nachlesen zu diesen Tests. Und genau, deswegen ist das Gerät natürlich auch ein bisschen schwerer, weil es halt einfach auch ein bisschen besser geschützt ist. Gerade wenn man doch unterwegs in der Uni, in der Schule oder businessmäßig irgendwie das Ding mal in der Hand schnell rausholt und irgendwas zeigen will. Neigt es öfters dazu, mal irgendwie aus der Hand zu fallen vom Tisch, weil irgendjemand durchs Kabel rennt und damit das Gerät vom Tisch zieht. Und damit ist man einfach ein bisschen safer. Dementsprechend ist das so ein bisschen der Kompromiss, den man da eingeht. Ja, ansonsten echt, es ist eigentlich ein ganz cooles Gerät. Also die Tastatur funktioniert sehr, sehr gut, sehr zuverlässig. Das Trackpad finde ich auch übrigens sehr gut. Das reagiert sehr responsive. Also das ist immer ganz angenehm. Apropos Tastatur, das wollte ich euch unbedingt noch zeigen. Man kennt das ja, wenn man zum Beispiel jetzt mit Excel oder mit einem Taschenrechner oder irgendwas arbeitet, dass man die Zahlen immer relativ easy auf einem Nummernblock an der Seite an der Tastatur eingibt. Das geht natürlich relativ zügig. Bei einem Laptop hat man das meistens nicht. Da gibt man das Ganze dann über diese Tasten hier oben ein, was doch manchmal ein bisschen unkomfortabel ist. Und da hat sich Asus was ganz Cooles einfallen lassen. Und zwar geht es hier um das Numberpad 2.0. Wenn ihr hier auf dieses Symbol oben rechts bei dem Touchpad gedrückt haltet, also einfach nur so drauf halten quasi, dann erscheint auf diesem Touchpad, zack, die Zahlen. Wie eine Art Nummernblock. Das heißt, man kann darüber dann die Zahlen eingeben und damit wesentlich schneller und komfortabler arbeiten. Und trotz der eingeblendeten Nummern kann man trotzdem das Touchpad normal bedienen, also die Maus quasi steuern. Ich kann jetzt hier mal meinen Taschenrechner aufrufen. Und wenn ich den jetzt hier so rüberziehe, kann ich hier jetzt sagen 2 plus 2 ist gleich 4. Überraschung, sehr schwierig. Hätte ich ohne das Gerät natürlich nicht hinbekommen. Dann gibt es noch einen zweiten berührungsempfindlichen Knopf hier oben auf dem Touchpad. Das ist dieses Dreieck mit den Punkten. Da hat man die Möglichkeit, diese eingeblendeten Zahlen in der Helligkeit zu verändern. Es gibt zwei Stufen, das ist quasi hell und wenn ich jetzt nochmal gedrückt halte, zack, dann wird es ein bisschen dunkler. So kann man sich dann halt aussuchen, was man gerne möchte. Das X-Pad Book gibt es auch mit einer hintergrundbeleuchteten Tastatur. Dieses Modell hier hat es nicht, aber wenn man das hat, kann man das Ganze hier oben über diese Funktionstasten auswählen und aktivieren. Also generell viele verschiedene Funktionen hat man hier. Man kann über diese Funktionstasten zum Beispiel Mute schalten, laut, leise. Die Helligkeit des Bildschirms kann man hier einstellen. Ich habe hier die Möglichkeit, das Touchpad zu deaktivieren, dann hier auf F7 mache ich nichts. Ich habe hier zum Beispiel die Möglichkeit, den Bildschirm zu erweitern, duplizieren auf einen anderen Bildschirm und da halt Einstellungen vorzunehmen, ohne das Einstellungsmenü aufrufen zu müssen. Ich kann den Bildschirm sperren hier mit der Taste F9, zack, dann ist das Gerät gesperrt. Außerdem ist hier oben, wenn ich das jetzt wieder entsperren möchte, in dem Powerknopf auch noch ein Sensor verbaut, der den Finger quasi scannen kann. Das heißt, ich habe einen Fingerscanner hier drin, wenn ich das jetzt hier drauflege, zack, bin ich angemeldet. Ist auch ganz cool. Dann hat man mit F10 die Möglichkeit, das finde ich auch ziemlich nice. Wenn man jetzt in einem Meeting oder sonst irgendwas ist, kann man mit dieser Taste, zack, einfach die Kamera ausschalten, beziehungsweise wieder einschalten. Das ist halt echt ziemlich cool, denn auf F11 habt ihr die Möglichkeit, Screenshots zu erstellen, also einfach, wenn ich das jetzt mal drücke, einen Bereich auf dem Bildschirm auszuwählen. Von mir aus das hier, zack, und dann habe ich quasi einen Screenshot erstellt. Das ist schon ziemlich cool und über F12 könnt ihr diese MyASUS-Software, heißt sie glaube ich, können wir hier gucken, dann sollte sich eigentlich die MyASUS-Software starten. Genau, willkommen bei MyASUS, da hat man auch noch Einstellungsmöglichkeiten und kann bei dem Gerät quasi Support anfordern oder eben auch Einstellungen ändern. Außerdem ganz gut zu wissen, diese Tastatur ist spritzwassergeschützt. Zu all dem findet ihr unten in der Beschreibung auch nochmal einen Link, da könnt ihr euch das alles durchlesen bei ASUS und genau, weiter im Text. Der Stift ist auch ganz cool, vor allen Dingen, dass man den da so direkt, ja, hier so mit reinstecken kann und dass der dann quasi einfach da drin verschwindet. Das finde ich wiederum ganz cool. Der Stift selber reagiert eigentlich relativ zügig, ist natürlich jetzt nicht das gleiche, wie als wenn ich mit so einem, ja, Microsoft Surface Pen oder sowas arbeite. Aber für das, was man damit machen kann, reicht es eigentlich völlig aus. Und das ist eigentlich ganz cool, dass der halt so sleek hier drin verschwindet und dann einfach immer dabei ist. Außerdem muss man den halt nicht extra bezahlen, sondern der ist halt einfach mit dabei. Das ist halt wiederum auch ganz nice. Ja und anschlusstechnisch muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich sehr cool. Ihr habt wirklich alles, was das Herz begehrt eigentlich an diesem Gerät und Anschlüsse finde ich ja doch immer noch sehr, sehr wichtig. Ich meine, wir haben es im Anboxing schon gesehen, es gibt wirklich extrem viele Anschlüsse an dem Gerät, was ziemlich cool ist. Ihr habt zum Beispiel USB-C, also beziehungsweise Thunderbolt 4, USB 3.0, USB 2.0 for no reason, aber es ist da. HDMI, Kensington Lock, Ethernet Port, ein Headphone Jack, also ein Kopfhörerstecker und was ich ganz cool finde, ist so ein Volume Rocker, also so ein Knopf für laut und leise. Das heißt, man muss nicht erst mit der Maus in die Taskleiste den Lautsprecher anklicken, Regler hoch und runter ziehen, sondern man kann halt direkt mit diesem Knöpfen hier die laut und leise Einstellung bedienen. Das finde ich halt wiederum ganz cool, weil sowas spart Zeit, finde ich. Ja und ansonsten, ich meine, der Hinge, also dieses Auf- und Zuklappen von dem Gerät, fühlt sich echt richtig wertig an und vor allen Dingen kann man das Gerät halt egal wie hinstellen. Das ist halt wiederum ganz cool. Das heißt, man kann das Ganze so auf Klappen hinstellen und dann könnte man hier Dinge tun, wenn man was zeigen will. Man kann das Ganze auch so hinstellen, dann hat man das vor sich so aufgerichtet. Ja, da sind einem die Möglichkeiten eigentlich keine Grenzen gesetzt und das ist, finde ich, wiederum ganz cool an diesen Convertible Laptops, falls man die so nennt. Keine Ahnung, aber ansonsten kann man den halt auch einfach so ganz classy wie ein Laptop aufstellen und dann damit arbeiten. Also da ist man relativ frei, was das angeht und das finde ich wiederum ganz cool. Also in meinem Fall kam das Gerät zum Beispiel standardmäßig jetzt mit Windows 10. Man kann natürlich auf Windows 11 upgraden, wenn man möchte. Wie im Unboxing schon gezeigt, habt ihr zwei Webcams, einmal eine hier vorne und eine oben mit diesem Schieberegler, wo man quasi dann nicht gesehen werden kann. Was hier unten leider nicht der Fall ist. Das wäre natürlich cool, wenn man konsequent bei solchen Sachen ist und das dann bei beiden auch macht. Ansonsten ist das ein sehr robustes Convertible oder Laptop einfach. Fühlt sich gut an, sehr wertig. Natürlich ein bisschen Kunststoff auch mit dabei. Aber ansonsten lässt sich hier nicht wirklich was verbiegen oder sowas. Also da muss man keine Angst haben, wenn man das einfach so in den Rucksack schmeißt zu seinen Sachen, dass da irgendwas passiert. Ja, ansonsten, wie schon erwähnt, das Gerät ist halt einfach doch relativ schwer. Das ist so mein Downside an dem Gerät. 1,6 Kilo ist halt echt kein Fliegengewicht. Also ich meine, wenn man es auf den Tisch stellt und in der Uni oder sowas, ist es völlig wurscht. Aber zum In-der-Hand-Halten ist es doch schon relativ schwer. Und das andere, was mich ein bisschen stört, ist die Lüftereinstellung bei dem Gerät. Ist ein bisschen merkwürdig. Manchmal schalte ich den an und dann pustet der einfach für drei, vier Minuten doch relativ stark. Und man hört das dann halt auch, obwohl ich gar nicht wirklich was mache, ihn eigentlich nur anmache und dann, keine Ahnung, einfach nur da sitze. Das ist ein bisschen nervig. Dann hört es auch zack von einem Moment auf den anderen einfach auf und dann ist auch alles cool. Und manchmal geht es dann einfach wieder los, obwohl man dann, ich weiß nicht, bei Netflix irgendwas guckt oder sowas. Das ist halt so ein bisschen komisch. Da müsste man eventuell an dieser Lüfterkurve oder sowas nochmal ein bisschen dran schrauben. Aber ansonsten eigentlich ein solides Teil, vor allen Dingen für Leute im Bildungsbereich. Auf jeden Fall ein Gerät, worüber man drüber nachdenken könnte. Ja, das war es eigentlich zum Asus X-Padbook B3 Flip. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt die in die Kommentare. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen mit dem Gerät beschäftigen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, Leute. Ciao.